Gibt es noch mal eine Runde Mario Kart und heute auch nicht alleine ich bin mit dem Nico auf Discord und zocken heute ein bisschen zu zweit, den hört ihr auch gleich im Discord und dann wird es noch mal ein bisschen witziger ja, release um, which release, yeah, it's your Camaro yeah, from yeah yeah nein, halb wieder runter gut muss auch mal sein, weißt du? ja das ganze Geschehen von hinten A professional graphic artist animator, perfekt do you want to create a profile picture for me and a banner for twitch and also want to make my youtube something else er sagt, kann er machen yeah, nice follow me on twitter and send me an example for the profile picture or for the banner of for twitch ich bin einfach siebter, ne? und ich hatte gerade Stern als Blitz kam von meinem Blitz übrigens danke man kein Problem online ist halt einfach nochmal eine andere Hausnummer ich komme auch mit diesem Tempo hier, das kann ich glaube ich ich will hier keine Sterne und Pilze auf dieser Runde, ey ja, schrecklich, ne? das ist nur dumm, ich drifte wirklich bevor ich in die Kurve komme und ich fliege trotzdem in die Kurve raus und du musst bremsen beim Lüften einfach auf dem Gas bleiben und gleichzeitig bremsen er bremst den bei Mario, klar ja, wer nicht runterfallen will ich will runterfallen weißt du, ich krieg wieder ganze Raketen aber... sag mal wer erster geworden ist ich will dich gar nicht wissen ich will dich gar nicht wissen hör dich nicht du? wieso hörst du mich nicht? ich bin direkt vor dem Mikro hä? ach so, ich hab... ja, 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 after the stream, after the stream after the stream let's have a talk after the stream I will DM you warum ist jetzt wieder alles so leise? ich hör mir hier gar nichts hä, du hörst mich nicht? ich hab gerade... irgendwie alles voll leise gemacht dich und Mario im Karst aber wieso? warte dann... du kannst nichts machen du bist echt lost, alter hier sollte man das Streaming-Werkzeug direkt wegnehmen ist nichts für dich jetzt ist alles... alles ganz komisch hier geht nicht mit rechten Dingen zu hier spukt's spukt's bei mir ey, der scheiß Penner mit dem Stern ist gegen mich gefahren ganz schön frech ey, weg Mann! schieß dich nicht ab, wir sind ein Team geh weg! ja! wir sind ein Team schieß mich die ganze Zeit ab, alter ich hab dich einmal abgeschossen höchstens wir sind ein Team, sagt der, alter ich hab dich allerhöchstens einmal abgeschossen mach dir den Weg frei ey, Junge, das war die letzte Runde? warte mal leid nur ein K-Zone ok, lass mich auf diese Runde vielleicht bin ich auch lost ich bin gespannt, ob der dafür Geld haben will ich glaub es ist eine Frau und wenn es professionell ist, würde es mich wundern, wenn ich ja aber für so richtig einen geilen Banner oder ein richtig geiles Bild würde ich schon auch mal ein bisschen Geld springen lassen hm das ist kein 100 Euro, aber so ein Fuffi wenn es richtig richtig gut ist wenn der vielleicht auch Intros machen kann für YouTube ja, für sowas schon zahlen ja andere auch ja, vielleicht für ein Bild nicht 50, aber so ein 10er oder 25 vielleicht macht er auch das erste umsonst, weil ich kenn ihn ja nicht oder die wie Nora heißt Junge, die grünen wieder hier alles am snipen ich hoffe ich snipe mich herzlich selber war das knapp genau wenn der rote kommt, kriege ich wie ein Pilz ich hab noch nicht einmal eine Rakete gehabt, ne? ich muss weiter hinten sein ja, die Raketen seh ich die ganze Zeit vor mir und hinter mir, ey haha, der Blitz hat den ersten gesnipet glaub ich boah, ich krieg den nicht macht auch diese Abkürzung über die Blätter voll der Freak Junge, mein Kart hört sich einfach wie ein Rasenmäher, Alter hört mir jetzt erst auf war wirklich 1 zu 1 ein Rasenmäher sie bin schon so langsam, Alter muss mal tun so einen kleinen Rasenmäher-Motor hier drin ui, eine Rakete heute wurde das F-Zero verschickt da freue ich mich auch richtig drauf also das ist richtig geil ist ja der letzte Teil also gab bisher kein neueres aber klar ey Junge, wie ich Hopps genommen werde ey okay ach man Klo mir doch nicht ich hab wieder so ein Grün um mich herum aber genau dazwischen trifft wieder mich der anderen Grüne hmm klar bravissimo bravissimo schieß doch ne ey jetzt hab ich nichts gesehen und konnte nicht das Doppelrechte rausgehen schieß oder ich schieß dich ab du bist hinter mir hm ich lass dich von mir aus auch vor aber schieß mich nicht ab aah nix ich hab nicht geschossen, du bist nur gegen mich gelaufen äh gefahren Junge, ich hatte nur die Tröte alter und ich hab die nicht aktiviert hier wieder kein Item mehr hier wieder kein Item mehr hier wieder kein Item mehr Oh, blöder Geist. Ich würde auch voll gerne das Yu-Gi-Oh-Spiel spielen. Aber ich komme einfach nicht dazu. Voll viele streamen das. Ja. Das war mega gut. Ich freut mich gestern Nacht um zwei Uhr ein Kollege an. Schickte mir ein Bild. Ey, zockt das mal. Voll geil. Hä? Das war nicht ich. Ich habe dir das auch schon gesagt. Ja, das ist einfach nur dieses Karten-Spiel. Und ich mag das gar nicht, Alter. Legst die Karten da und dann... Keine Ahnung, viel zu wenig Action. Ah, jetzt ob ich nicht treffe, ey. Kann das nicht die letzte Runde sein, Mann? Dann wäre ich erster gewesen. Wäre gut gewesen. Das kann nicht sein. Ich habe zweimal schon einen Geist abbekommen, Alter. Immer wenn ich so gute Items habe. Ich habe mich gerade so gewundert, Alter. Ich dachte, ich bin erster geworden und ich dachte, ich bin doch nicht zweiter geworden. Weil du hinter mir warst. Ich dachte, du warst erster. Ne, ne. What the fuck? Ich frage, woher war der? Ich meine, ich habe die Karten genauso gesammelt wie Pokémon-Karten früher, ne? Aber hast du damit auch gespielt? Habe ich auch mit Pokémon-Karten nicht. Ja, ja, aber Yu-Gi-Oh ist was ganz anderes. Ein ganz anderes Level von Kartenspiel. Ja. Ey, ich kriege den Start nicht mehr hin. Heute habe ich nicht einen Start hinbekommen. Was ist da los? Was ist der Erste? Hm. Soll ich snipen? Ich habe mal einen Arsch. Okay. Ich hätte auch mit dem Grün gesnipet von der Seite, weiße. So was machst du? Ja. Boah, ich musste gerade das dritte Item von links noch schnell nehmen. Ich habe den abgesnipet. Ey, Mann. Was hast du hier für eine Ballerei? Alter. Oh, jo. Hä? Ich habe den Grün auf einmal geliefert. Ganz umisch. Ich tüfte mich voll. Gibt noch Windschatten, Mann. Ach, hören wir auf, ey. Wie war das noch mit erster Alter? Ja, warum war es mal, ne? War wieder mal ein tolles Erlebnis. Genauso toll wie kurz. Ey, ich werde die ganze Zeit von Grünen getroffen. Voll die Scheiß, Digga. Junge, wäre das letzte Runde. Ich wäre wieder auf der Ziellinie Dritter geworden. Dann wird dir nichts gegönnt. Ja, nix. Ich schieße nicht. Zu zweiter? Mhm. Okay, ich habe eine Bombe. Ich lege die gleich links. Obwohl, ich lasse die einfach, weil sie sind so weit weg. Ich schieße nach vorne. Boah, zum Glück habe ich noch roten Halt am Arsch. Nice.